so hallo leute und herzlich willkommen zu der nächsten aufnahme von hitman codename 47 wir sind stehen geblieben zumindest wir hatten den hinterhalt im wang fu restaurant als letztes gespielt und auch geschafft das heißt es geht weiter mit dem massaker am fisch restaurant und da schauen wir direkt auch rein die ermordung des bruders des blue lotus anführers hat zu einem offenen bandenkrieg geführt da die polizei von beiden seiten geschmiert wird ist sie über die derzeitige situation außerordentlich beunruhigt der polizeichef hat daher die anführer beider triaden aufgefordert einen waffenstillstand zu vereinbaren das treffen findet auf neutralem boden in einem kleinen fisch restaurant statt seien sie dort wenn sie erfolg haben gehört lee hong ihnen die diana burnwood controller die agentur so ganz schön viel hier zu tun liquidieren sie den unterhändler der red dragon verstecken sie die leichen des unterhändlers die leiche des unterhändlers eliminieren sie den polizeichef den auch noch okay hinterlassen sie bei der leiche des polizeichefs ein red dragon medaillon gehen sie danach zum rendezvous punkt anoraf 15.000 schöner preis so polizeichef ist der hässliche typ kurzes haar was mir grauen schläfern mir grauen schläfern polizei polizei uniform okay da starten wir wohl wieder fischrestaurant werden wir schon irgendwie finden wird wohl irgendwo hier sein und wir nehmen mit es gibt moosberg was ist das rohne schlosen ende das gibt es hier gut sie wir haben mit die beretta ich dann eher hier lassen wir die uzi mitnehmen messer nehmen wir auch mit wir brauchen wir nicht wir haben eine mit schalldämpfer gefällt mir besser und sichere weste kompass fernglas lassen wir mal alles hier nehmen wir ein bisschen munition und los geht's wieder mal keine ahnung von der steuerung mein gott was war noch mal laufen sind wir denn überhaupt kacke wie läuft man noch mal vorne sie ist das nicht das eine rest wo wir jetzt mal schon waren jetzt muss ich kurz mal in die einstellungen soll leute laufen laufen um schalt war ich doch ah darf ich nicht gehen so was haben wir hier das sieht doch aus hallo so was kann i do for you i need you guys why certainly sir let me just get the key dankeschön wir gehen mal pissen wir nehmen uns den schlüssel und gehen hier aber was war das für eine tür ah ok das ist die küche auch schon mal gut zu wissen wir schließen hey schicker anzug was machen wir jetzt ich nehme mal die hier oh ok warum sollte ich jetzt hier durchklettern ja what the fuck wieder oh mein gott das war wieder mal der größte bullshit weil er einfach nicht schießt der idiot ja wache halt deinen toten polizisten was ist denn jetzt was ja schön war ich nicht gerade schon tot was zur hölle leute ja schön weiter nochmal bitte danke ja wissen wir alles haben wir alles gelesen sehr schön genau die gleiche ausrüstung und ab zum fischrestaurant restaurante ja quatschen geben wir den schlüssel ja damit ja ich kann hier durchklettern dann sind wir hier wieder einfach so ein lagerraum hier warte ich jetzt mal auf den einen warum haben wir unsere klavierseite nicht mit die wir für den auf jeden fall gut dass wir den hier rein ziehen können und ihn leise töten so versuchs wieder diese waffe bitte kann ich auch durchschießen wie es aussieht so komm raus der neustadt wäre ja nicht mal so nervig wenn nicht alles so lange dauern würde kommen wir die mal ah jetzt habe ich eine tür gehört komm komm was quitscht hier die ganze zeit so komm dir mal jetzt wo schießt der hin komm rein hier komm 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 Applaus was die türen schrecken mich kann ich hier wieder rein gläuhen ja wohl Oh, wer kommt hier wieder? Zwei gleich, kacke. Ich schau mal. Wow! Kacke, den hab ich übersehen. So, weg mit ihm. Ich tue dir jetzt wieder alles einfach. Ich kacke mir nur nichts, Leute. Wo sind wir hier? Stirb doch! Toll. Was? Oh mein Gott. Und wir sind wieder tot. Sehr schön. Das mit dem Fortfahren verstehe ich bis jetzt noch nicht. Leute, ich glaube, ich bin zu dumm für das Spiel. Wie soll ich das schaffen? Muss ich einfach abwarten, bis der Polizeichef selbst aufs Scheiß ausgeht? Ja, weiter. Oh mein Gott. So, reden wir dir, uh, hello sir. Hallo sir, what can I do for you? Machen wir auch mal auf und reden wir mit dem Koch da drinnen. Okay, jetzt sehen wir hier, wo die Bullen rauskommen. Kann ich auch rein. So. Wäre es das auch hier lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre es das auch hier, wo die Bullen rauskommt. So. 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 So.